In dem Moment, als Zack seinen Fuß in diesen Wald setzte, wurde aus einem ganz gewöhnlichen Sommer ein sehr ungewöhnliches Abenteuer. Er befand sich plötzlich in einem verborgenen Königreich, voller zauberhafter Wesen mit geheimnisvollen Kräften. Das ist Christa, die ihre Zauberkräfte noch nicht ganz beherrscht. Das ist Pips, ihr eifersüchtiger Freund. Und das ist Betty, der total verrückte Flughund. Aber nur Zack kann sie alle vor der großen Gefahr retten und das ist Hexor. Er ist das Böse, das ihre Welt bedroht. Kommt mit auf eine aufregende Reise in diese Welt voller Überraschungen, Fantasie und Spaß. Es gilt, ihre wunderbare Welt zu retten. Fern Gully, Christa und Zacks Abenteuer im Regenwald. Fern Gully, Christa und Zacks Abenteuer im Regenwald.